Ich kann dir direkt einsagen, dass du mit Kronkh geschlafen hast. Hab ich einmal. So, dritte Runde der CSGO-Profis. Junge, ich hab die Sonne scheint gerade in mein Gesicht. Ich seh hier weder Kontraste noch irgendwas in diesem Spiel. Okay. Ich muss euch irgendwas vor die Sonne stellen. Ein Baum. Geh doch! Mann, du Idiot! Bist du behindert, Mo? Warum ich denn jetzt? Fick deine Mutter, Alter. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht. Wie ein Kind. Dann ist Rebenszeit AFK. So. Ich hab jetzt meine Softbox vor die Sonne gestellt. Geil. Ist das jetzt ne Sunbox? Halt's Maul. Eier zu schaue. Ich habe mir Angriffe angefangen. Ich dachte mir, was ich verstehe, es ist alles. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ich höre nichts. Ich höre nichts auf der falschen Seite. Was ist denn das die ganze Zeit? Du hast den Sound. Ja, aber ich höre von der falschen Seite. Ich weiß nicht was mit meinem Headset. Vielleicht hast du eine Kackalage im Ohr oder so. Es kann doch nicht sein, Mann! Diese dreckige Scheiße, Alter! Genau! Da ist die Smoke! Ist der dumm, Alter? Ist der dumm? Ja, nice one! Wir sind gerade beide so kacke. Jetzt dürfen die Leute auch schreiben, dass wir halt boosted sind. Wenn man einmal die Woche spielt, dann kann man halt nicht. Wir spielen halt immer nur, um unseren Rank zu halten. Mehr machen wir nicht. Wollen wir uns trotzdem kurz küssen? Nein. Bitte! Nein. Ich hoffe jetzt so lange nachher, bis ich dich geküsst habe. Mua. Ah. Wollen wir zum halt? Ist da was? Boah, das hat so geleckt bei mir durch diese Smoke. Call doch wo! Ich frage dich wo! Und du saufst! Du dumm an unten so'n Mo! Ey, wegen dir verlieren wir gerade die Runde, Mann! Kick dich jetzt, Junge. Sorry, Papa. Nein! Du bist so'n Spast, Alter! Nein! Alter, dass du einfach... Ich frage, wo? Bei mir hat's geleckt. Bist du behindert? Ja, es hat so geleckt, dass ich nicht reden konnte. Es hat geleckt, dass ich nicht reden konnte. Es hat sich auf meine Stimme dicke Dings bummst. Und wie kann ich das wieder gut machen? Gar nicht. Nimm mal eine Fresse jetzt. Guck mal, er hat ja nicht mehr... Lol! Jetzt gibt's hier schon Ärger im Team. Du, wir spielen aber auch gerade schlecht. Bis zum Geht nicht mehr, Alter. Oh, oh! Ich bin live bei einem Teamkill dabei! Live! Ah, nicht ganz. Ja! Ich hab einen gelifet. Ich bin Gott. Tod. Junge. Was? Junge, das war mal wieder ne Hackerrunde von mir. Ich hab keine Musizierung mehr. Aber ich behalte die Waffe trotzdem. Ah! Ah! Hä? Wir geben durch die Smokes die ganze Zeit. Wir geben durch die Smokes! Der hat doch jetzt nicht mehr... Wir geben durch die Smokes! Aber doch nicht mehr. Drei Mal! Der hat gerade drei Smoke-Kills gemacht. Kann doch nicht sein. Wo sind wir denn hier? Sind wir denn hier? Wünsch dir was! Noch einer. Der hat drei Kills ja schon gemacht. Alter, du bist so ein geiler Typ. Jetzt kommt der Fieder dazu. Pass auf. Oh! Vier! Junge! Junge! Alter! Oh! 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 Wie der entgegen gesprungen ist, Alter. Wie so ein Hobbit. Oh! Mann! Ich hab grad voll geträumt! B. 2. Maybe 3. Lass, der B auf den Spot. Alter, das war mal wieder eine P90-Runde von mir. Du hast komplett reingeschissen wieder. Hä? Ich hab zwei Leute getötet! Ja, ich auch. Nee, hast nicht. Doch hab ich. Warum bist du auf einmal Zweiter? Das macht überhaupt keinen Sinn. Du warst vorhin Letzter. Ja. Ich hab mich hochgearbeitet, Mo. Hm. Hochgeschlafen? So wie bei Youtube. Ja, ja. Ich kann dir direkt eins sagen, dass du mit Kron geschlafen hast. Hab ich einmal. Äh. Steps. Gut. Steps. Stufen. Da sind Stufen. Ich wusste nicht, was Bibliothek auf Englisch heißt. Bam, Alter. Bam, Alter! MC Moe ist da! Pass auf, jetzt kommt noch einer! Oder auch nicht. Na, der macht schon wieder No-Score-Baller. Der ist doch schon wieder unmenschlich. Der Typ ist wirklich... Also das ist ein bisschen, äh, ne? So, Hallöchen, na? So, da kann man mal sehen, was ein guter CSGO-Spieler ausmacht. Der recovert sich nach dem Spiel, wenn er schlecht ist. Dann merkt er, was er ändern muss. So, das hab ich getan. Mo? Hm. Also, zu meiner Verteidigung. Ich bin für 10 Minuten aufgestanden. Dann... Ich war eine Woche in Köln. Ist auch gelogen. Dann... Hä? Was heißt denn gelogen, Junge? Oh! Verbrennt! In der Hölle! Oh! Fuck! Junge! Warum sind der denn... Das kann doch nicht sein! Wie überlebt der das? Das... Der hätte den jetzt locker noch No-Score weggeholt. Das kann doch nicht sein, dass der... Der hat wahrscheinlich so ein Hack, dass der so eine unsichtbare Schutzwand vor sich hat. So eine unsichtbare Schutzwand weg. Mo, wo bist du schon wieder? Ah, unten. Weil da welche sind. Is it a day? Green, is it a day? Green, give me a fucking call! Genau. Durch die Wand. Ja. Von oben. Mit. Don't look. Der hat nicht mehr viel. Der ist schon unten. Rechts. Rechts. Nice. Wichtig, Alter. Wichtig! Junge! Du bist ein Profi! Blue, can you go drop him? Blue, go drop him, please. Durch die Tür! Er schießt random durch die Tür! Das kann nicht sein, Alter. Okay. Okay. Push fuckin yes! Nies. Wir kicken ja einfach den besten Spieler. Ach, wir sind solche Assis, Alter. Ich würde sagen, wenn's euch gefallen hat, lässt einen Daumen nach oben da! Wuh, wuh, waaaaaah! Tschüss!